Wie kann man unerwünschte Reibung verkleinern? In einem Modell-Experiment untersuchen wir das mit einem Holzklotz, der gezogen wird. Mittels einer Federwaage kann man Kräfte messen. Umso stärker die auf die Federwaage einwirkende Kraft, umso stärker wird die Feder gedehnt. An den Markierungen kann man dann die Kraft in Newton ablesen. Wir versetzen den Holzklotz in Bewegung und ziehen ihn über den Tisch. Beim Beobachten der Federwaage fällt auf, dass die benötigte Kraft, um den Holzklotz in Bewegung zu versetzen, größer ist als die, um ihn in Bewegung zu halten. In der Physik bezeichnet man die Kraft, die ein Körper dem Gleiten entgegensetzt, als Haftreibung. Die Haftreibung ist dafür verantwortlich, dass unsere Schuhe beim Gehen auf dem Untergrund haften und dass ein Auto, wenn es auf einer abfallenden Straße abgestellt wird, nicht die Straße hinunterrutscht. Gleitreibung liegt vor, wenn ein Körper auf einem anderen oder einer Unterlage gleitet. Die Gleitreibung wird bei der Bremse eines PKW genutzt. Sie tritt auch auf, wenn man mit Skiern einen Abhang hinunterfährt. Um die Reibung weiter zu verkleinern, kann man Rollen verwenden. Wenn ein Körper auf einem anderen oder einer Unterlage rollt, spricht man von Rollreibung. Rollreibung tritt auf, wenn Sportler mit dem Fahrrad auf Rollen trainieren. Weiters tritt sie bei Kugellagern auf. Daher gilt bei gleichen Oberflächen, dass die Haftreibungskraft größer ist als die Gleitreibungskraft und diese größer ist als die Rollreibungskraft. Die Haftreibung wird bei Kugellagern auf. Die Haftreibung wird bei Kugellagern auf. Die Haftreibung wird bei Kugellagern auf. Und die Haft